Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen, zerpflücken Satz für Satz, suchen nach kleinen Logikfehlern und Ungereimtheiten und trampeln auf jeder Kleinigkeit herum wie J.K. Rowling auf den Emotionen von Transmenschen. Uff, der war jetzt arg böse. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, als Harry sich ordentlich den Wanst mit Weihnachtsessen vollgeschlagen hatte. Er hat eines Nachts einen völlig normalen, ungewöhnlichen Spiegel gefunden und ein nettes Pläuschen mit Dumbledore gehalten. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 13. Uuuuh, eine Unglückszahl. Ja, was soll ich sagen, auch das Skript zu dieser Folge scheint wahrlich verflucht zu sein. Doch nie zuvor bei einem Skript hatte ich so arge Schwierigkeiten, die Sätze sinnvoll zu formulieren und nachdem ich bereits mehr als die Hälfte des Skripts hatte, musste ich nochmal alles löschen und von vorne anfangen. Dieses Kapitel scheint also wahrlich verwunschen zu sein, obwohl es eigentlich recht kurz und unscheinbar ist. Das 13. Kapitel trägt den Namen Nicholas Flamel und wir schließen quasi nahtlos an das vorherige Kapitel an. Dumbledore hatte Harry in der letzten Folge ermahnt, nicht mehr nach dem Spiegel in der Haggib zu suchen und daran hält dieser sich auch. Die restlichen Weihnachtsferientage bleibt der unsichtbar machende Unsichtbarkeitsumhang der Unsichtbarkeit zusammengeknüllt am Boden seines Koffers liegen. Harry versucht, den Spiegel aus seinen Gedanken zu vertreiben, doch so wirklich gelingt ihm das nicht. Nachts plagen ihn schreckliche Albträume, in denen er immer wieder seine Eltern sieht, die in einem Blitz aus grünem Licht verschwinden, während eine Stimme laut gackert. Harry macht also gerade eine ziemlich schwere Zeit durch, wie ein drogenabhängiger Aufentzug quälen sich die Tage dahin. Doch es ist nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Harry von seinen Eltern träumt, die in gleißend grünes Licht gehüllt werden. Erinnern wir uns einmal zurück an den 16.09.2020. An dem Tag habe ich meine zweite Podcast-Folge auf YouTube hochgeladen. Jaja, damals, als mein Podcast noch angehört wurde. Jedenfalls habe ich damals Kapitel 2 analysiert und am Ende erwähnt, dass Harry oft versucht, sich an seine Eltern zu erinnern. Und jedes Mal, wenn er das macht, sieht er einen Blitz aus gleißend grünem Licht. Damals dachte Harry auch noch, seine Eltern wären bei einem Autounfall gestorben. Heute weiß er, dass niemand anderes als Voldemort Schuld an ihrem Tod hat. Jedenfalls, das grüne Licht ist eine Erinnerung, die sich so tief in Harrys Unterbewusstsein eingebrannt hat, dass er bis heute davon träumt. Ich möchte an dieser Stelle aber noch nicht verraten, was es mit diesem grünen Licht auf sich hat, denn sonst würde ich jetzt die halbe Handlung vorwegnehmen. Jedenfalls erzählt Harry seinem besten Freund Ron von diesen schrecklichen Albträumen. In besorgten Tonfall erklärt dieser, dass Dumbledore recht gehabt hatte und der Spiegel Harry tatsächlich in den Wahnsinn treiben könnte. Es folgt nun ein abrupter Cut. Rowling wechselt nun einfach so, mitten im Absatz, ohne erkennbaren Grund, das Thema und erzählt nun, dass Hermine am letzten Schultag zurückkommt. Und diese abrupt wechselnden Themen wird es in diesem Kapitel noch sehr häufig geben und das hat mir beim Schreiben des Skripts auch die Arbeit so schwer gemacht. In diesem Kapitel passiert so unglaublich viel in kurzer Zeit, dass ich manchmal echt Schwierigkeiten hatte, alles in Worte zu fassen. Falls ihr, werte Zuhörer, euch beim Anhören dieses Kapitels langweilt, dann könnt ihr ja mal zählen, wie oft J.K. Rowling abrupt das Thema wechselt. Hermine kehrt am letzten Ferientag also zurück nach Hogwarts. Was sie in den Weihnachtsferien getrieben hat, erfahren wir nicht, aber sie lässt sich prompt von den Jungs aufklären. Also Hermine, es gibt Besen und es gibt Quidditch-Tohringe. Nicht so aufklären. Ich meinte natürlich über das, was Harry und Ron in der Zwischenzeit in Hogwarts erlebt haben. Ach so. Hermine ist ganz entsetzt, dass Harry drei Nächte hintereinander im Schloss unterwegs war und enttäuscht darüber, dass sie nichts Brauchbares über Nicolas Flamel haben herausfinden können. Hm. Die drei Freunde versuchen etwas über eine Nicolas Flamel herauszufinden. Und dieses Kapitel heißt rein zufällig Nicolas Flamel. Könnten sie da vielleicht... Neee. Das wäre ja viel zu offensichtlich. Das würde J.K. Rowling nicht machen. Insgeheim haben die drei die Hoffnung schon aufgegeben, irgendetwas über Nicolas Flamel herauszufinden, auch wenn Harry sich hundertprozentig sicher ist, diesen Namen schon einmal irgendwo gelesen zu haben. Und auch wir, liebe Freunde, haben diesen Namen schon mal irgendwo gelesen, aber ich verrate euch noch nicht wo. Aber keine Sorge, das werden wir im Laufe des Kapitels noch herausfinden. Rowling macht nun wieder einen abrupten Themenwechsel. Genauer gesagt macht sie gleich zwei hintereinander. Innerhalb von zwei Sätzen wechselt Rowling so abrupt hin und her, dass ich echt Mühe hatte, das in Worte zu fassen. Zum einen erfahren wir, dass das Trio nach den Ferien wieder damit beginnt, in den Pausen nach Infos über Flamel zu suchen. Dabei hat Harry noch weniger Zeit als seine beiden Freunde, weil das Quidditch-Training wieder begonnen hat. Innerhalb von zwei Sätzen hat Rowling das Thema gewechselt von Jo, wir sind dumme, hobbylose Kinder, die Infos über irgendeinen Namen suchen, den ein fetter, haariger Riese mal versehentlich ausgeplaudert hat. Zu Jo, Harry ist ein dummes, hobbyloses Kind, das eine tödliche Sportart spielen muss, weil eine alte Oma ihn dazu zwingt, weil er einen Ball aus der Kellogshüte gefangen hat. Ja, dat ist Kontinuität. Übrigens muss ich kurz etwas erklären. Ich werde die folgenden Abschnitte nicht ganz genau Zeile für Zeile analysieren, sondern es so umformulieren, dass es logisch und strukturiert ist. Denn Rowling hat in diesem Kapitel einen sehr merkwürdigen und verschachtelten Schreibstil, der mir das Umformulieren sehr, sehr, sehr schwer macht. Nun aber zurück zur Geschichte. In der letzten Folge gab es in Hogwarts einen heftigen Schneesturm. In dieser Folge hat sich das Wetter gewandelt und wir haben einen sehr starken Dauerregen. Doch kein Wetter dieser Welt kann Oliver Wood davon abhalten, ein Quidditch-Training abzuhalten. Ohne Scheiß, Oliver Wood ist wie meine alten Sportlehrer. Selbst wenn du dir beide Beine gebrochen, deine Arme abgetrennt und eine Eisstange durch den Kopf gejagt hast, kackegal. Jedes Mal hieß es, hier, hast du einen Kühlbeutel, aber du machst trotzdem mit, ja? Auch unsere lieben Weaslinge Fred und George finden, dass Wood mit seinem harten Training übertreibt. Doch Harry, der ebenso versessen ist, die Quidditch-Hausmeisterschaft zu gewinnen, ist auf Woods Seite. Denn bei einem erfolgreichen Sieg über das Haus Hufflepuff würden sie Slytherin zum ersten Mal seit sieben Jahren in der Hausmannschaft überholen. Die Quidditch-Anordnung ist sehr verwirrend und das ganze Spielprinzip dahinter habe ich nicht wirklich verstanden. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Abgesehen davon, dass Harry gerne gewinnen würde, flüchtet er sich gerne in die Quidditch-Trainings. Denn er hat festgestellt, dass er nach einem anstrengenden Spieltag weniger Albträume hat und das kommt ihm nur sehr gelegen. Rowling macht nun wieder einen wechselhaften Sprung, der vierte mittlerweile. Schauplatz dieser Szene ist das Quidditch-Feld nach einem besonders feuchten und verregneten Training. Oliver Wood ist gerade dabei, unseren Weaslingen einen derben Anschiss zu verpassen, weil die Zwillinge immer wieder im Sturzflug aufeinander zurasen und so tun, als würden sie von dem Besen stürzen. Wood pumpt sie an, dass sie mit diesem Unfug aufhören sollen, da sie sonst das Quidditch-Spiel verlieren würden. Nun verkündet Wood eine äußerst schlechte Nachricht, nämlich dass Snape beim nächsten Quidditch-Spiel der Schiedsrichter sein würde. Und der würde vermutlich jede Gelegenheit ausnutzen, um Gryffindor Punkte abzuziehen. Diese Nachricht ist so schockierend, dass George Weasley in der Sekunde wirklich vom Besen fällt. Matsch und Schlamm ausprustend fragt er unglaublich, Snape ist Schiedsrichter? Was qualifiziert den denn zum Schiedsrichter geht? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auch die anderen Spieler, die neben George auf dem Boden landen, beginnen sich zu beschweren. Und ich muss ehrlich sagen, es verwundert mich, dass McGonagall nicht da auftaucht und sich ebenfalls beschwert. Ich meine, wir wissen doch alle, wie sehr sie sich wünscht, endlich mal wieder die Quidditch-Hausmeisterschaft zu gewinnen. Dass sie das einfach so protestlos zulässt, ist mir absolut schleierhaft. Generell ist mir schleierhaft, warum Dumbledore ausgerechnet Snape zum Schiedsrichter gemacht hat. I mean, hätte es dafür nicht besseres Personal gegeben, wäre es nicht klüger, ach, ich weiß auch nicht, eine ausgebildete Heilerin wie Madame Pomfrey zu Rate zu ziehen. Ich weiß nicht warum, aber das Gespräch zwischen Dumbledore und McGonagall hätte ich irgendwie gerne mitbekommen. Du, Albus, Quidditch wird immer mehr zur Gefahr. Heute wäre Harry Potter fast gestorben. Ja, als Sicherheitsvorkehrung machen wir Snape zum Schiedsrichter. Aber Snape hasst Gryffindor und Harry Potter. Genau deswegen. Aber das macht keinen Sinn. Genauso wenig wie die Tatsache, dass wir Kinder in einem potenziell tödlichen Spiel gegeneinander antreten lassen. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Hä? Diese abstrus geilen Logik muss man jetzt nicht wirklich verstehen, aber dass die Gryffindors über diese Tatsache mehr als verärgert sind, kann man, denke ich, verstehen. Hood versucht, seine Teamkameraden zu beruhigen und erklärt, dass er auch nichts dafür könne. Jedenfalls sollten sie aufpassen, Snape keinen Grund zu geben, ihnen Strafpunkte reinzudrücken. Harry nimmt diese wahrlich schreckliche Nachricht noch mehr mit als die anderen Quidditch-Spieler, denn er selbst hat einen weiteren Grund, warum er Snape beim Quidditch lieber nicht in seiner Nähe haben möchte. Denn, wie wir wissen, war es Snape, der Harrys Besen beim letzten Quidditch-Spiel verhext hat. Niemand anderes auf der ganzen Welt wäre dazu in der Lage. Denn, wie wir wissen, ist Snape an allem schuld. Was würde Coldmirow jetzt sagen? Der ist böse. Und der bleibt auch böse. Zusammen mit den anderen Spielern macht Harry sich auf den Weg in den Gemeinschaftsraum. Dort angekommen, trifft er auf Ron und Hermine, die gerade über einer Partie Zauberschach sitzen. Schach ist so ziemlich das Einzige, bei dem Hermine immer verliert, doch, seien wir mal ehrlich, Schaden tut es ihr jetzt nicht unbedingt. Ron und Harry sind der gleichen Ansicht wie ich und finden, dass es Hermine im Gegenteil sogar mal gut tut, in ihrem Drang, sich zu behaupten, gebremst zu werden. Ron scheint seinem besten Freund anzusehen, dass irgendetwas nicht stimmt und fragt Harry, was denn mit ihm los sei. Harry erklärt seinen beiden Freunden die wahrlich schrecklichen Neuigkeiten. Hermine ist sofort im Panikmodus und erklärt, dass Harry nicht mitspielen sollte. Und es entspinnt sich an dieser Stelle im Buch ein sehr witziger Dialog, den ich euch mal wieder wörtlich vortragen möchte. Spiel nicht mit, sagte Hermine sofort. Sag, dass du krank bist, meinte Ron. Tu so, als ob du dir das Bein gebrochen hättest. Brich dir das Bein wirklich. Da hat die gute Rowling mal wieder einen sehr witzigen Dialog eingebaut, finde ich klasse. Diese tollen Ratschläge kann Harry leider nicht umsetzen, denn, das erklärt er seinen Freunden sehr bedrückt, es gibt keinen Reservesucher. Wenn er sich krank meldet, dann kann Gryffindor überhaupt nicht spielen. Just in diesem Moment öffnet sich das Bild zum Gemeinschaftsraum und Neville Longbottom kommt hereingehumpelt. Wie er es geschafft hat, durch das Eingangsloch zu klettern, weiß keiner so wirklich, denn seine Beine wurden mit dem Beinklammerfluch zusammenge... klemmt. Keine Ahnung, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Aber es gibt über diesen Beinklammerfluch einige interessante Dinge zu wissen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte und deswegen wird es mal wieder Zeit für Fuck den Lärm mit Fabi Patiu! Laut Pottermore ist der Beinklammerfluch Lokomotormortis einer der Zauber, die in dem Buch Flüche und Gegenflüche von Professor Venedictus Viridian steht. Dieses Buch wollte Harry sich damals in der Winkelgasse kaufen, doch Hagrid hat ihn davon abgehalten. Der Gegenzauber für den Fluch ist uns leider nicht bekannt, Hermine kennt ihn allerdings, denn sie befreit Neville von der Beinklammer. Es könnte sich um den Gegenzauber Finite handeln, das ist jetzt allerdings nur eine Vermutung von mir. Jedenfalls erklärt Neville, dass Draco Malfoy ihn überrumpelt und ihm diesen Fluch angelastet hat. Was sehr verwunderlich ist, denn dieser Zauber müsste eigentlich noch viel zu schwer für einen Erstklässler sein. Hagrid hat ja damals in der Winkelgasse extra gesagt, dass man noch sehr viel lernen müsse, um einen Zauber aus dem Buch Flüche und Gegenflüche wirken zu können. Und in meinem absoluten Lieblingsspiel Hogwarts Mystery lernt man diesen Zauber auch erst im fünften Schuljahr. Also wie kann Draco diesen Zauber schon kennen und vor allem können? Später im Kapitel lernen auch Hermine und Ron diesen Zauber, um ihn im Notfall gegen Snape einsetzen zu können. Also frage ich mich, wie ist es möglich, dass ein Haufen Erstklässler diesen Zauber beherrscht? Vielleicht ist der Zauber an sich auch gar nicht so schwierig, aber er wird erst im fünften Schuljahr gelernt, weil die jüngeren Jahrgangsstufen sonst Blödsinn damit machen würden. Hallo Kinder, ich bin Professor Moody und ich bringe euch jetzt die unverzeihlichen Flüche bei, damit ihr euch immer schön foltern, töten oder gegenseitig kontrollieren könnt. Der Zauberspruch Lokomotor Mortis leitet sich ab von den Wörtern Locomotion, was Englisch ist und Fortbewegung bedeutet und dem Lateinischen Mortis, was Tod bedeutet. Die wörtliche Übersetzung wäre also die Bewegung töten. Metaphorisch würde man es wohl so übersetzen, jemanden daran hindern, sich frei zu bewegen. Kleiner Funfact am Rande, in den Konsolenspielen zu den ersten beiden Harry Potter Teilen verwenden die Vertrauensschüler diesen Zauber, wenn sie Harry außerhalb des Bettes erwischen, um ihm dann Punkte abzuziehen. Und das war's auch schon wieder, Matt. Fuck den Lär mit Fabi Patiu! Neville ist gerade dabei zu schildern, wie Malfoy ihn vor der Bücherei überrumpelt hat und den Zauber an ihm ausgeführt hat. Scheinbar hat Draco nur jemanden gesucht, an dem er diesen Fluch ausprobieren kann und Neville war zur falschen Zeit am falschen Ort. Hermine schlägt vor, dass Neville zu Professor McGonagall gehen und ihr davon berichten soll. Kopfschüttelnd antwortet dieser, dass er nicht noch mehr Schwierigkeiten möchte. Auch Ron versucht, Neville dazu zu ermutigen, sich zu wehren. Denn nur weil Malfoy gerne auf anderen Leuten herumtrampelt, heißt das nicht, dass man sich das auch gefallen lassen muss. Aus irgendeinem, mir nicht ersichtlichen Grund, nimmt Neville diese Aussage sehr persönlich. Schluchzend sagt er, dass Ron ihm nicht sagen müsse, dass er nicht gut genug für Gryffindor ist, der Malfoy dies schon getan hätte. Harry kann das Ganze nicht länger mit ansehen. Er kramt aus seiner Umhangtasche einen Schokofrosch hervor und reicht ihm Neville. Dieser Schokofrosch ist übrigens der letzte von denen, die er von Hermine zu Weihnachten bekommen hat. Aufmunternd fügt Harry hinzu, dass Neville ein Dutzend Malfoys wert sei. Denn schließlich wurde er für Gryffindor ausgewählt, während Malfoy im stinking Slytherin ist. Excuse me? Ex kahu semi? Stinkige Slytherin? Aha, dat merk ich mir. Neville schafft es, sich zu einem schwachen Lächeln zu motivieren und packt den Schokofrosch aus. Er bedankt sich bei Harry und erklärt, dass er sich nun ins Bett legen würde. Und mit den Worten Ja, ich glaube, du sammelst die, oder? reicht er Harry die Schokofroschkarte. Neville macht sich davon und Harry blickt auf die Sammelkarte in seiner Hand. Ganz enttäuscht merkt er an, dass es schon wieder Dumbledore sei. Diese Karte war die erste, die er mitten im Satz stockt Harry der Atem. Fassungslos startet er abwechselnd von der Rückseite der Schokofroschkarte zu seinen beiden Freunden. Dann ruft er, ich hab ihn gefunden, ich hab Nicolas Flamel gefunden. Und in der Tat, Harry hat Nicolas Flamel gefunden. Die ganze Zeit war er zum Greifen nahe gewesen und dennoch ist weder Ron noch Harry darauf gekommen. Denn auf der Rückseite der Schokofroschkarte steht wörtlich folgendes. Professor Dumbledores Ruhm beruht vor allem auf seinem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945, auf der Entdeckung der Zwölf Anwendungen für Drachenblut und auf seinem Werk über Alchemie verfasst zusammen mit seinem Partner Nicolas Flamel. Der Text dieser Karte sollte uns bekannt sein, denn wir haben ihn schon mal gehört, nämlich im Zug, als Harry und Ron gemeinsam Schokofrösche schnabuliert haben. Tja, danke für das Recap. Damals wurde der Name auch schon genannt, nur damals hat sich keiner drum geschert. Als Harry fertig erzählt hat, springt Hermine wie von der Tarantel gestochen auf und mit den Worten Wartet hier, rennt sie hoch in den Mädchenschlafsaal. Harry und Ron haben nicht lange Zeit, sich über Hermine zu wundern, denn kurz darauf kommt sie die Treppe auch schon wieder runter, in der Hand ein fettes antikes Buch. Erregt flüstert sie den Jungs zu, nee, wenn du den Satz so formulierst, dann klingt das irgendwie sehr pervers. Aufgebracht traut sie den Jungs zu, dass sie dieses Buch schon vor Wochen ausgeliehen hatte, jedoch hatte sie nicht mehr daran gedacht, da drin nachzuschauen. Sie klatscht den Schinken auf den Tisch mit den uns bekannten Worten ein bisschen leichter Lektüre. Ungläubig starrt Ron auf das Buch und fragt leicht, mit dem Todesblick des Todes geheißt Hermine ihm still zu sein. Vor sich hin murmelnd blättert sie eifrig die Seiten durch, bis sie schließlich gefunden hat, wonach sie gesucht hatte. Freudig ruft sie, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ja, was hast du gewusst? Ron kann die Euphorie seiner besten Freundin nicht so ganz nachvollziehen und fragt schnippisch, ob es ihm wieder gestattet sei, zu reden. Diese spitzzöngige Bemerkung übergeht Hermine und sie beginnt damit, den Jungs zu erklären, Nicolas Flamel gilt als der einzig bekannte Hersteller vom Stein der Weisen. Roll Nach fast eineinhalb Jahren Podcast und 239 Seiten stumpfsinniger Buchanalyse wird endlich der Stein der Weisen erwähnt. Das, worum es in dem Buch eigentlich geht. Aber was ist eigentlich der Stein der Weisen? Das fragen sich auch Harry und Ron. Fast schon wütend fragt Hermine, lest ihr beiden eigentlich nie? Und Ron antwortet, nee, wir warten, bis Black Ding Dong den Podcast draus macht. Gut, das steht da jetzt vielleicht nicht so, aber ich bin mir sicher, dass Ron eigentlich genau das sagen wollte. Hermine ist not amused und reicht ihnen den dicken Wälzer mit der Aufforderung, die aufgeschlagene Seite zu lesen. Und dort steht, ich zitiere wörtlich, die alte Wissenschaft der Alchemie befasst sich mit der Herstellung des Stein der Weisens, eines sagenhaften Stoffes mit erstaunlichen Kräften. Er verwandelt jedes Metall in reines Gold. Auch zeugt er das Elixier des Lebens, welches den, der es trinkt, unsterblich macht. Im Film hat Ron an dieser Stelle gesagt unsterblich, woraufhin Hermine geantwortet hat mit das heißt du musst nicht sterben. Und jeder von uns dachte sich nur so well Captain Obvious danke für die Erklärung. Dieser Dialog fehlt im Buch komplett, stattdessen geht der Artikel noch weiter. Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele Berichte über den Stein der Weisen, doch der einzige Stein, der heute existiert, gehört Mr. Nicolas Flamel, dem angesehenen Alchemisten und Opern Liebhaber. Mr. Flamel, der im letzten Jahr seinen 665 Geburtstag feierte erfreut sich eines ruhigen Lebens in Devon zusammen mit seiner Frau Perenelle 658. First of all stelle ich nun dieselbe Frage, die Colt Mirror in ihrem weitaus besseren Podcast an derselben Stelle gestellt hat. Aktualisiert sich das Buch immer selbst, muss Madame Pinz da jedes Jahr mit einer Feder rumrennen und alle Daten in allen Büchern korrigieren? Vor allem war gerade erst Weihnachten, das heißt das neue Jahr ist noch gar nicht so alt. Also wie machen die das? Und warum diese umständliche Formulierung? Was ist, wenn Flamel sich von seiner Frau perenell trennt? Wird das dann irgendwo vermerkt? Sonst hältst du dann bei Professor Binzen eine PowerPoint Präsentation und hast lauter falsche Daten drin. Außerdem Perenell, die Frau von Nicolas Flamel ist 658. How the fuck hat die es bitte über 600 Jahre mit ihrem Mann ausgehalten? I mean wie? Außerdem welche Hochzeitsfeier feiert man dann da? Es gibt ja Goldene Hochzeit, Diamant Hochzeit und Eisen Hochzeit, aber was kommt danach? Was ist, wenn Perenell sich von Nicolas trennt? Lässt er sie dann verrecken oder bekommt sie trotzdem noch sein Elixier? Außerdem klingt es ziemlich ekelhaft, wenn man sagt, dass Perenell auf das Lebenselixier ihres Mannes angewiesen ist. Und ich habe die Theorie, dass die beiden Perenell und Nicolas eines Nachts über einen Friedhof spazieren gegangen sind und als Vorlage für Goethes Totentanz dienten. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Naja, aber das alles sind nur dumme Fragen von mir, beschäftigen wir uns ein bisschen mehr mit den Fakten und Tatsachen. Dass es wirklich vor vielen Jahren einen Typen namens Nicolas Flamel gegeben hat, das wissen wir Es ranken sich viele Legenden um den berühmten Alchemisten unter anderem dass er den legendären Stein der Weisen gefunden und Unsterblichkeit erlangt haben soll. J.K. Rowling hat diesen Mythos aufgegriffen und in ihrem Buch verarbeitet. Laut Rowling lebt Flamel noch immer und hat im Vorjahr seinen 665. Geburtstag gefeiert. Moment mal, wenn er letztes Jahr 665 wurde, dann bedeutet das, dass er dieses Jahr 666 wird, die Zahl des Teufels. Was aber irgendwie nicht so ganz Sinn macht, denn wenn Flamel 1330 geboren wurde, dann wäre er 1991 661. Also stimmt hier was von den Zahlen nicht. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass man nicht zu 100% weiß, ob Flamel wirklich in dem Jahr geboren ist, aber zumindest wird es allgemein angenommen. Naja, zurück zu den Tatsachen. In Harry Potter ist Nicolas Flamel mit einer Frau namens Perenelle zusammen und auch hier hat sich Rowling an der tatsächlichen Vergangenheit bedient, denn der reale Nicolas Flamel war wirklich mit einer Frau namens Perenelle verheiratet. Diese galt als große Wohltäterin, die im Jahr 1993 lange vor ihrem Mann verstarb. Zumindest in unserer Muggelwelt, in der Zauberwelt leben beide immer noch und erfreuen sich, dank dem Stein der Weisen, bester Gesundheit. Übrigens noch eine nette kleine Tatsache, wir erfahren, dass Nicolas Flamel sich in Devon niedergelassen hat. Devon ist eine der größten Grafschaften Englands und liegt im südwestlichen Teil des Landes. Und dort leben eben nicht nur Nicolas und Perenelle Flamel, sondern unter anderem auch die Weasleys. Ja, der Fuchsbau befindet sich ebenfalls in Devon und ich finde jetzt irgendwie die Vorstellung witzig, wie die Weasleys jahrelang unweit von den Flamel's wohnen, sich aber doch nie kennenlernen. Was für eine amüsante Vorstellung. Naja, zurück zur Geschichte. Nachdem Harry und Ron den kurzen Abschnitt über Nicolas Flamel gelesen haben, erklärt Hermine ihnen, dass der dreiköpfige Hund vermutlich den Stein der Weisen bewacht. Scheinbar wollte Flamel den Stein aus Gringotts herausschaffen, weil er wusste, dass jemand hinter ihm her ist. Also hat er seinen alten Freund und Partner Dumbledore gebeten, ihn sicher aufzubewahren. So, und an dieser Stelle machen wir mal kurz Pause, holen tief Luft und fassen nochmal alles zusammen. Also, Harry findet auf einer Schokofroschkarte den Namen Nicolas Flamel. Zeitgleich fällt Hermine ein, dass sie ja das Buch mit der Antwort die ganze Zeit bei sich hatte, aber nicht einmal reingeschaut hat, findet jetzt innerhalb von einer Minute das, was sie seit drei Monaten suchen und jetzt kombinieren sie wie Sherlock Holmes alles zusammen. Ich meine, vor einer Seite wussten die Kinder noch nicht mal, wer Nicolas Flamel war und jetzt haben sie das Geheimnis um den Stein der Weisen gelüftet. alles irgendwie ein bisschen dünn, findet ihr nicht? Aber gut, weiter im Text. Harry sagt, dass es kein Wunder sei, dass Snape hinter dem Stein der Weisenherr ist, denn ein Stein, der unsterblich macht und jedes Metall in Gold verwandelt, ist wirklich sehr begehrenswert. Ron merkt an, dass es auch kein Wunder sei, dass sie nichts über Flamel in dem Buch Jüngere Entwicklungen der Zauberei gefunden haben, wenn er bereits 665 ist. Es folgt ein abrupter Zeitsprung, das erste Mal in diesem Kapitel. Am nächsten Morgen sitzen die Kinder in Verteidigung gegen die dunklen Künste und lernen verschiedene Möglichkeiten, um Wehrwolfbisse zu behandeln. Und ich habe mich gefragt, welche Möglichkeiten zur Behandlung es denn geben soll. Denn wenn es so einfach ist, sich dagegen zu heilen, wie kommt es dann, dass es immer noch Menschen gibt, die sich mit Lykantrophie anstecken? Lykantrophie ist die Bezeichnung für die Krankheit, sich in einen Wehrwolf zu verwandeln. Nicht zu verwechseln mit Lykomanie, eine vor allem im Mittelalter verbreitete psychische Krankheit, bei der man glaubte, sich in einen Wehrwolf zu verwandeln. Naja, jedenfalls habe ich mich mal wieder ein bisschen auf Pottermore rumgetrieben und dort wird in einem Artikel erklärt, dass Silber, pulverisiert mit Dipdarm vermischt, zur Behandlung der Bisswunden eingesetzt wird. Im Gegensatz zum Volksglauben hat pures Silber allerdings keine Auswirkung auf Wehrwölfe. Es ist ja oft so in Geschichten, dass viele Monster, seien es nun Vampire, Ghule oder Wehrwölfe, mit Silber getötet werden können. Auch in The Witcher hat Geralt von Riva, der Schlechter von Blaviken, immer ein Silberschwert mit dabei. Aber warum eigentlich? Das kommt von der alten alchemistischen Elementtabelle, da wurden viele Metalle Planeten zugeordnet, also Gold der Sonne, Eisen dem Mars, Kupfer der Venus und so weiter. Und Silber wurde dem Planet Mond zugeordnet. Dass Mond kein Planet ist, wusste man damals noch nicht, und wegen dem silbrigen Glanz, den der Mond hat, wurde eben eine Verbindung zum Element Silber hergestellt. Aber warum sind nun viele Sagenwesen anfällig für Silber? Nun, der Gedanke dahinter war, dass mondgetriebene Kreaturen wie Werwölfe durch das Mondmetall Silber getötet werden können. Tja, weder was gelernt. Wer mal wieder Die beschäftigen sich nämlich viel lieber mit der Frage, was sie denn mit dem Stein der Weisen machen würden. Ron sagt, dass er sich gerne ein eigenes Quidditch-Team kaufen würde, und genau diese Aussage erinnert Harry an etwas. Nämlich an das kurz bevorstehende gefürchtete Quidditch-Spiel mit Snape als Schiedsrichter. Nach der Stunde erklärt er Ron Termine, dass er auf jeden Fall antreten wird. Denn wenn er jetzt kneift, dann würden die Slytherins denken, er hätte Angst vor Snape und das möchte er um jeden Preis verhindern. Hermine fügt hinzu, dass sie hofft, Harry nicht vom Spielfeld wischen zu müssen. Das Spiel rückt immer näher und Harry wird immer nervöser. So auch die anderen Spieler im Gryffindor-Team. Die Hoffnung endlich Slytherin bei der Hausmannschaft zu überholen war da, jedoch stand die Frage im Raum, ob so ein parteiischer Schiedsrichter das auch zulassen würde. Harry bildet sich auch zunehmend ein, dem Zaubertrank Lehrer überall über den Weg zu laufen. Er stellt sich die Frage, ob Snape ihn nicht sogar verfolgen würde, um ihn in einem passenden Augenblick abzufangen. Die Zaubertrankstunden werden immer mehr zu einer Art Folter, denn Snape wird immer gemeiner zu Harry. Harry fragt sich, ob Snape wusste, dass sie etwas über den Stein der Weisen herausgefunden hatten. Das konnte er sich aber dann nicht so ganz vorstellen. Woher denn auch? Und das stimmt sogar irgendwie, denn, wie wir in Teil 5 erfahren, ist Snape ein Meister der Leglementik, also der Kunst des Gedankenlesens. Ein gezieltes Foreshadowing, das hier ganz dezent von Rowling eingebaut wurde. Was nicht so ganz dezent eingebaut ist, ist der nächste abrupte Cut, den Rowling an dieser Stelle mal widersetzt, Zeit- und Ortswechsel, es ist der darauffolgende Tag am Nachmittag, Ron und Hermine wünschen Harry viel Glück für das anstehende Quidditch-Spiel, insgeheim hoffend, ihren besten Freund lebend wiederzusehen. Harry zieht sich um und lauscht halbherzig den nicht gerade aufmunternden Worten von Oliver Wood. Ron und Hermine haben sich in der Zwischenzeit einen freien Platz auf den Rängen gesucht. Gefunden haben sie einen neben Neville, der nicht verstehen kann, warum die beiden so besorgt aussehen und vor allem, warum sie ihre Zauberstäbe zu dem Spiel mitgebracht haben. Natürlich weiß er nichts von dem, was das goldene Trio weiß, dennoch wundert es mich, warum es für Neville verwunderlich ist, dass jemand seinen Zauberstab zu einem Quidditch-Spiel mitbringt. Ich meine, wenn ich einen gottverdammten fucking Zauberstab hätte, dann würde ich den sogar zum Duschen mitnehmen. Also warum wundert Neville sich überhaupt darüber? Ich verstehe es nicht. Hermine und Ron hatten es Harry nicht erzählt, aber insgeheim haben die beiden, inspiriert durch Malfoy, den Beinklammerfluch geübt. Den wollen sie im Notfall gegen Snape einsetzen, falls dieser auf dumme Gedanken kommt. Hermine erinnert Ron noch einmal daran, dass der Spruch Lokomotor Mortis heißt. Ron, der gerade dabei ist, seinen Zauberstab in den Ärmel zu schieben, faucht sie an, dass sie ihn nicht nerven soll, weil er das schon wisse. Unten in der Umkleide hat Wood Harry beiseite genommen und führt mit ihm ein vertrauliches Gespräch. Er weist Harry noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit eines schnellen Schnatzfanges hin. Denn je schneller Harry das Spiel unter Dach und Fach bringt, desto weniger Zeit hat Snape Hufflepuff zu bevorzugen. Fred Weasley, der verstohlen durch die Tür späht, stöhnt auf und erklärt, dass die ganze Schule da draußen sei. Sogar Dumbledore ist gekommen. Und diese Tatsache habe ich irgendwie beim letzten Quidditch Spiel verdrängt, aber ich habe die Filme so oft gesehen, dass es für mich irgendwie selbstverständlich ist, dass Dumbledore bei den Quidditch Spielen anwesend ist. Aber scheinbar ist dem gar nicht so. Scheinbar war er beim letzten Quidditch Spiel gar nicht anwesend. Huch huch das wäre jetzt sehr peinlich für einen hobbylosen Podcaster, der sich beim letzten Mal darüber aufgeregt hat, dass Dumbledore Harry nicht zur Hilfe eilt. Harrys Herz überschlägt sich mit Freude, denn er ist sich sicher, dass Snape in Dumbledores Nähe keine krummen Dinger drehen würde. Beim Hinauslaufen auf das Spielfeld bemerkt Harry, dass Snape ungewöhnlich wütend aussieht, was vielleicht an Dumbledores Anwesenheit liegt. Auch Ron auf den Tribünen ist Snapes böser Blick aufgefallen. Er erklärt Hermine, dass er Snape noch nie so böse hat gucken sehen. Plötzlich bekommt er einen Schlag auf den Hinterkopf. Mit einem Autsch dreht er sich um, um zu sehen, was der Auslöser dafür war. In der Reihe hinter ihm stehen Draco und seine dümmlichen Hand langer Crab und Goyle. Mit breiten Grinsen sagt Malfoy, sorry Weasley, hab dich gar nicht gesehen. Gewohnt spöttisch beginnt Malfoy nun über Harry herzuziehen und fragt in die breite Runde, ob jemand Wetten darüber abschließen möchte, wie lange Potter sich dieses Mal auf dem Besen halten wird. Ron ist zu abgelenkt vom Spiel geschehen, um sich auf Malfoy zu konzentrieren. Denn Snape hat den Hufflepuffs soeben einen Freistoß gegeben, weil Fred ihn mit einem Klatscher getroffen hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Vorstellung von Snape auf einem Besen sehr witzig. Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir das irgendwie nur sehr schwer vorstellen, wie so ein schlecht gelaunter Snape, der auf dem Besen sitzt und von einem Klatscher getroffen wird. Warum haben die das nicht in den Filmen gezeigt? Es wäre so lustig geworden. Snape auf einem Besen, das wäre doch was. Aber dann bitte noch mit der richtigen Musik unterlegt. Hermine ist voll und ganz auf Harry konzentriert. Mit zusammengekniffenen Augen schaut sie ihm dabei zu, wie er über dem Spielfeld kreist und nach dem Schnatz Ausschau hält. Wirklich gut schaut es für das Gryffindor Team nicht aus, denn gerade bekommen die Hufflepuffs einen weiteren völlig grundlosen Freistoß von Snape. In der Zwischenzeit ist Draco Malfoy weiter damit beschäftigt, gehässige Kommentare über Gryffindor zum Besten zu geben. So verkündet er genommen werden. Harry zum Beispiel wegen seinen toten Eltern, die Weasleys, weil sie arm sind. Er macht eine kurze Pause, blickt hinüber zu Neville Longbottom und sagt ihm, dass er auch in der Mannschaft sein sollte, weil er kein Hirn hätte. Und Neville macht nun im Buch etwas, was ich ganz unironisch sehr cool finde. Er dreht sich um und sagt Draco ins Gesicht, ich bin ein Dutzend von deines gleichens wert, Malfoy. Diesen Satz hatte Harry zu Neville gesagt, um ihn aufzubauen und nun verwendet Neville ihn, um sich gegen seinen Mobber zu wehren. Und auch wenn ich es für eine ziemlich schwache Verteidigung halte, es ist trotzdem sehr stark von Neville, es sich nicht mehr gefallen zu lassen. Malfoy und seine Begleiter Crabb und Goyle schütteln sich vor lachen, doch Neville bekommt ein aufmunterndes Los gib's ihm von Ron. Malfoy fährt fort mit seinen gehässigen Kommentaren und erklärt, wenn hier ein Gold wäre, dann wärst du ärmer als die Weasleys. Ron, der ohnehin schon wegen der Angst um Harry sehr angespannt ist, warnt Malfoy nichts mehr zu sagen, sonst wir erfahren aber nicht, was sonst passiert wäre, zumindest nicht sofort. Denn just in diesem Augenblick wird Ron durch einen überraschenden Aufschrei von Hermine abgelenkt. Sofort blickt er zu Harry, der hoch oben über den Köpfen der Menge in einen spektakulären Sturzflug gegangen war. Ein Stöhnen und Jubeln geht durch die Menge und mit angehaltenem Atem starrt Hermine auf Harry, der wie eine Kugel in Richtung Boden rast. Malfoy hat in dieser spannenden Situation offenbar nichts Besseres zu tun als schlechte Witze zu reißen und verkündet, dass dies offenbar Weasleys Glückstag sein müsse, weil Harry scheinbar Geld auf dem Boden hat rumliegen sehen. Nun platzt Ron der Kragen und mit einem Sprung stürzt er sich auf Malfoy und drückt ihn zu Boden. Neville überlegt kurz einen Augenblick, dann kommt er Ron zu Hilfe. Hermine indes ist so vollkommen abgelenkt vom Spielgeschehen, dass sie die unmittelbar hinter ihr stattfindende Rangelei nicht mitbekommt. Und das, was da in der Luft abgeht, ist fast noch spannender als die Klopperei zwischen den Jungs. Um Haaresbreite wäre Harry nämlich fast mit Snape zusammengeprallt, wenn der Zaubertrank leerer nicht rechtzeitig ausgewichen wäre. Harry beendet seinen Sturzflug und bringt den Besen wieder in die Waagerechte. Den Arm triumphierend in die Höhe gestreckt, präsentiert er der Menge den goldenen Schnatz, den er soeben gefangen hat. Die Gryffindors toben vor Freude. In Rekordzeit hat Harry den Schnatz gefangen und so verhindert, dass Snape das Spielgeschehen noch mehr manipuliert. Hermine führt einen kleinen Freudentanz auf und umarmt Pavati Patil, die eine Reihe vor ihr sitzt. Auch Harry kann es gar nicht glauben. Das Spiel hatte nicht einmal fünf Minuten gedauert und erneut geht er als ruhmreicher Sieger daraus hervor. Harry erblickt unweit von ihm Snape, der gerade mit zusammengekniffenen Lippen auf dem Rasen landet und offensichtlich sehr, sehr schlecht gelaunt ist. Plötzlich spürt Harry eine Hand auf seiner Schulter und blickt auf. Überrascht sieht er in das faltige Gesicht von Albus Dumbledore. Ja, Harry, ich wollte dich nur mal kurz antatschen. Du weißt ja, liebe Harry, liebe! Nee, das sagt er natürlich nicht. Stattdessen lobte Harry, dass dieser dem Spiegel nicht mehr nachhängen würde. Rowling sagt uns nicht, was Harry darauf antwortet. Stattdessen erfahren wir, dass Snape mit verbittertem Gesicht auf den Boden spuckt. Digger, es ist nur ein Spiel, bei dem Kinder gegeneinander antreten. Warum steigerst du dich da so rein? Ich bin ehrlich, die sportliche Ekstase habe ich noch nie so wirklich verstanden. Ich habe noch nie kapiert, warum Leute sich freiwillig Fußball anschauen. Ja, Quidditch würde ich mir gerne anschauen und wahrscheinlich auch selber spielen wollen, aber ich würde mich wahrscheinlich niemals so sehr reinsteigern, wie Snape es macht. Oder auch McGonagall. Scheinbar schalten viele Lehrer bei Quidditch den gesunden Menschenverstand aus und vergessen, dass das immer noch Kinder und Jugendliche sind, die da gegeneinander spielen. Eigentlich haben sportliche Aktivitäten immer den Sinn, einander näher zu bringen und die Leute zu vereinen, statt noch mehr zu spalten. Auf meine Kritikpunkte geht J.K. Rowling an dieser Stelle des Buches überhaupt nicht ein. Stattdessen macht sie das, was sie am besten kann, nämlich einen abrupten Zeitsprung. Irgendwann später verlässt Harry alleine die Umkleidekabine. Warum er jetzt alleine ist, erfahren wir nicht. Wahrscheinlich musste er einfach nur mal wieder ordentlich seinen Besenstiel polieren. In der anbrechenden Abenddämmerung watschelt Harry hinüber zu dem Schuppen, in dem die Besen aufbewahrt werden. In Gedanken suhlt er sich noch immer im Erfolg des heutigen Quidditch-Spiels. Er blickt hinauf zum Hogwarts-Schloss, wo die Fenster im Lichte der untergehenden Abendsonne rot aufleuchten. Und bei diesem malerischen Anblick muss er noch einmal an Gryffindors Triumph denken. Denn er hatte es geschafft und es Snape gezeigt. Just in der Sekunde, in der Harry an Snape denkt, sieht er eine vermummte Gestalt, die die Schlosstreppen hinunterhuscht und offenbar nicht gesehen werden will. Harry blickt ihr hinterher und kann beobachten, dass die Person zielstrebig auf den verbotenen Wald zu eilt. An der Gangart der Person kann Harry erkennen, dass es sich um Snape handeln muss, der sich klammheimlich aus dem Staub gemacht hat, während die anderen Schüler beim Abendessen sind. Und genau hier drücke ich jetzt mal gedanklich die Pausentaste und hinterfrage das Geschehen kritisch. Also, die anderen Kinder haben es in der Zwischenzeit geschafft, von der Tribüne hoch ins Schloss zu laufen und zum Abendessen zu gehen, während Harry sich gerade mal umgezogen hat. Scheinbar waren auch die anderen Gryffindor-Spieler schneller als er. Was ist passiert? Ist Harry eingepennt? Ist er dissoziiert? Was war los? Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Quidditch-Spiel fand um 15 oder 16 Uhr Nachmittag statt. Wenn es wirklich nur 5 Minuten gedauert hat, was hat Harry jetzt dann die ganze Zeit gemacht? Und jetzt ist er mal wieder zufällig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um den Plot der Geschichte voranzutreiben. Okay, lassen wir das einfach mal so stehen. Harry schwingt sich auf seine Nimbus 2000 und steigt in die Luft, um Snape heimlich von oben beschatten zu können. Gerade kann er noch die Silhouette des zwielichtigen Zaubertranklehrers erkennen, die am Rande des Waldes verschwindet. Über die Baumkronen hinweg gleitet Harry und landet elegant auf einer großen Buche. Es ist ein sehr schöner Baum, eine Buche, wie sie im Buche steht. Oh Gott, I'm sorry, der schlechte Witz musste jetzt sein. Den Besen in der Hand umklammert, robbt Harry sich durch versucht, durch die dichten Blätter hindurch etwas zu erkennen. Unten auf einer kleinen Lichtung stehen Snape und Quirrell. Dessen Gesicht kann Harry nicht erkennen, aber der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste stottert schlimmer als jemals zuvor. Aufmerksam lauschend versucht Harry zu verstehen, wovon die beiden da reden. Gerade hört er Quirrell stottern, warum wollten sie mich ausgerechnet hier treffen? Sepphoris? Woraufhin die ölige Stimme von Snape antwortet, dass ihr Gespräch schließlich vertraulich bleiben soll. Denn die Schüler sollen nichts von dem Stein der Weisen erfahren. Quirrell murmelt etwas, das Harry nicht versteht. Daraufhin stellt Snape die Frage, ob Quirrell denn schon herausgefunden habe, wie er an diesem On-Tare von Hagrid vorbeikommen soll. Quirrell stottert ein Aber Sepphoris? Der fiese Zaubertranklehrer tritt einen Schritt auf Quirrell zu und sagt Sie wollen mich doch nicht zum Feind haben, Quirrell. Und diesen Dialog kennen wir auch vom Film, allerdings war die Szene eine andere. Im Film wurde der Dialog eingebaut, als Harry nachts in der Bibliothek unterwegs war, fast von Filch geschnappt wurde und dann unter den Tarnumhang geschlüpft ist. Er hat dann unter dem unsichtbarmachenden Unsichtbarkeitsumhang der Unsichtbarkeit das nächtliche Gespräch zwischen Quirrell und Snape belauscht und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Filmvariante hier deutlich besser. Im Film wirkte die ganze Szene viel authentischer, im Buch wartet Harry bis alle weg sind, dann bringt er seinen Besen weg, während die anderen im Schloss beim Essen sind, sieht dann Snape, der ganz auffällig unauffällig zum verbotenen Wald rennt, steigt auf seinem Besen, fliegt über den Wald und belauscht dann von einem Baum das Gespräch. Ich weiß nicht, da ist für mich der Handlungsfluss nicht so konkludent, wenn ihr versteht, was ich meine. Auf die Frage, ob Quirrell Snape zum Feind haben möchte, entgegnet Quirrell, ich weiß nicht, was sie, doch Snape unterbricht ihn und sagt, albernes Zauberstab gefürchtel und kindische Hex anliefert falscher Text. Snape sagt natürlich, sie wissen genau, was ich meine. Ein lauter Schrei tönt plötzlich über den verbotenen Wald hinweg, es ist der Schrei einer beschissenen Eule, die Harry einen halben Herzinfarkt einjagt. Fast wäre unser Lieblings Zauberschüler vom Ass gefallen und wahrscheinlich voll auf Quirrell geplumpst, aber er kann sich gerade noch so festhalten. Was Snape gerade gesagt hat, konnte Harry nicht verstehen, er hört lediglich den Rest des Satzes, eher kleines bisschen Hokus Pokus, ich warte. Quirrell stört ein, aber ich als Antwort, doch wieder wird er von Snape unterbrochen. Der Zaubertrank Lehrer entgegnet, wir sprechen uns bald wieder, wenn sie Zeit hatten zu überlegen, wem ihre Loyalität gilt. Und mit einem megadramatischen Move wirft er sich die Kapuze über den Kopf und geht auffällig unauffällig davon. Im spärlichen Licht kann Harry gerade noch so Quirrell erspähen, der wie versteinert dasteht. Es folgt ein abrupter Zeit und Ortswechsel und wir befinden uns wieder in Hogwarts. Eine keifende Hermine kreischt ihn an. Harry, wo hast du gesteckt? Und sie hört sich dabei fast ein wenig so an wie Mrs. Weasley im zweiten Teil. Wo habt ihr gesteckt? Ron ist völlig scheißegal, wo Harry gesteckt hat. Er erinnert uns dummen Leser noch einmal daran, dass Harry beim Quidditch-Spiel eine Glanzleistung hingelegt hat. Er erklärt weiter, dass er Malfoy ein blaues Auge verpasst hat und dass Neville im Krankenflügel liegt, weil er es alleine mit Crab und Goyle aufnehmen wollte. Madame Pomfrey zufolge geht es ihm gut, aber er würde die ganze Zeit nur davon reden, Aston Slytherins zu zeigen. Im Gegensatz zum Film wird Neville hier gar nicht als so ultra dumm und peinlich hingestellt, sondern als schüchterner Junge, der über sich hinaus wächst und schon im ersten Teil beweist, dass er nicht zu Unrecht in Gryffindor gelandet ist. Ron labert Harry weiter zu und erklärt, dass alle schon im Gemeinschaftsraum auf Harry warten würden. Denn Harrys Leistung beim Quidditch-Spiel müsse gefeiert werden. Fred und George hätten sogar extra Kuchen und was zu trinken aus der Küche organisiert. Und dieser Satz wirkt jetzt vielleicht etwas unscheinbar, aber er ist ein verstecktes Foreshadowing auf die Ereignisse im vierten Teil. Achtung Spoiler! Dort erklären Fred und George Harry wie sie sich immer in die Küche schleichen um Essen zu stehlen. Sollte ich irgendwann in 100 Jahren mit meinem Podcast bei dieser Stelle angekommen sein, dann werde ich hoffentlich daran denken und euch nochmal darauf hinweisen. Es ist also kein Zufall, dass dieser Satz hier steht und es zeigt nochmal, wie genial Rowling diese Welt durchdacht hat. Harry hat jetzt keine Bock auf Party, er muss seinen Freunden die wichtigen Neuigkeiten mitteilen. Er zehrt sie in ein abgelegenes Zimmer und versichert sich, dass Peeves nicht irgendwo darin herumgeistert. Mal wieder ein lustiger Wortwitz von mir. Nachdem er die Tür hinter seinen Freunden geschlossen hat, erzählt er ihnen alles, was er beobachtet hat. Nun hält Harry wieder einen Monolog a la Sherlock Holmes und sagt, also lagen wir mit unseren Vermutungen richtig und Snape ist hinter dem Stein der Weisen her. Und jetzt möchte er Quirrell dazu zwingen, ihm zu helfen. Außerdem hat Snape von Quirrells heimlichen Hokus Pokus geredet. Vermutlich hat Quirrell als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste den Stein der Weisen mit einer Menge Schutzzaubern belegt, damit Snape ihn nicht so einfach stehlen kann. Und als wäre es die selbstverständlichste Schlussfolgerung der Welt, antwortet Hermine, willst du damit etwa sagen, der Stein ist nur sicher, solange Snape Quirrell nicht das Rückgrat bricht? Und Ron antwortet zynisch, nächsten Dienstag ist er weg. Ja, und mit diesen Worten endet das Kapitel sehr abrupt. Wir haben das 13. Kapitel fertig und als wäre es so vorbestimmt gewesen, habe ich für dieses Skript 13 Seiten Text zusammen getippt. Es geht langsam Richtung Ende des Buches zu. Wir haben noch vier Kapitel, in denen ziemlich viel passieren wird. Im Buch sind wir bei Seite 248. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Ich hoffe wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin eine schöne Zeit. Euer Black Diagon Outtakes Was qualifiziert Geil Aktualisierung Snape ist Schiedsrichter Was qualifiziert Was für ein Satz Laut Pottermore ist der Beinklammerfluch Locomotor Mortis einer Der Zauber die in dem Buch Flüche und Flüche und Flüche man kennt's jetzt in jeder Buch er kramt aus seiner Umhangstasche einen Schokofrosch hervor und reicht ihm Neville seiner Umhang Tasche nicht Umhangstasche Grammatik lernen mit Fabi Bidiu das ist wirklich vor vielen Jahren einen Typen namens Nicholas Chanel der Rich Boy Um Haaresbreite wäre Snape nee wäre Harry beim Hinauslaufen auf das Quidditch-Spiel auf das Quidditch-Genau man läuft auf ein Quidditch-Spiel du hast völlig recht Fabi Hinauslaufen Quidditch-Spiel